Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin seit Jahren eine Affäre mit der Mitherausgeberin der Zeitschrift. Manchmal befriedigt er sie. Nicht oft genug, so wie ich das sehe. Gute Entscheidung, das nicht zu erwähnen. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie kommen auf die Insel. So entgehen Sie all den Leuten, denen Sie gerade lieber aus dem Weg gehen wollen. Sie ermitteln unter Dieben, Geizkragen, Rübeln der widerwärtigsten Ansammlung von Menschen, die Sie je gesehen haben. Meine Familie. Das ist Harriet. Jemand aus der Familie hat Harriet ermordet. Und versucht mich seit 40 Jahren in den Wahnsinn zu treiben. Die sind von ihr. Und die übrigen von ihrem Mörder. Du warst in vier verschiedenen Pflegefamilien. Wurdest zweimal wegen Trunkenheit festgenommen, zweimal wegen Körperverletzungen. Wie viele Partner hattest du letzten Monat? Und wie viele davon waren Männer? Ich will selbst über mein Geld verfügen. Das wirst du auch, sobald du umgänglicher wirst. Warum fängst du nicht bei mir an? Du weißt doch, wie das geht. Ich kann noch nicht finden, was Sie seit 40 Jahren vergeblich suchen. Das können Sie nicht wissen. Sie haben einen messerscharfen Verstand. Sie waren an dem Tag hier. Es war schrecklich, die lange Suche ohne Erfolg. Ich hab die Leiche nie gefunden. War es im Affekt? War es geplant? Wusste Sie etwas, das ich nicht wissen durfte? Als ich das letzte Mal etwas aufdeckte, dessen ich mir nicht absolut sicher war, hab ich meine gesamten Ersparnisse verloren. Ich brauche Assistenz bei der Recherche. Ich wüsste da jemanden. Eine Frau, die Sie überprüft hat. Sie hat was? Sie glauben doch nicht, dass wir für diese Sache den Erstbesten anheuern. Ich bin Mikael Blomqvist. Darf ich reinkommen? Wir müssen reden. Hey, hey! Was denken Sie, wer Sie sind? Ziehen Sie sich was an und schmeißen Sie Ihre Freundin raus. Darf ich dies mir zu Ihnen sagen? Ich brauche Ihre Hilfe, um einen Frauenmörder zu finden. Ich hab nicht die geringste Ahnung, was die mit dem Tod eines 16-jährigen Mädchens zu tun haben. Wollen Sie sich das nicht mal ansehen? Schon geschehen. Was ich Ihnen jetzt zeige, sehen Sie sich besser mit leerem Magen an. Was machen Sie da? Ich lese Ihre Aufzeichnungen. Sie sind verschlüsselt. Bitte. Vergewaltigung, Folter, Feuer, Tiere, Religion. Hab ich was vergessen? Die Namen. Ich hab vielleicht was. Niemand mag es, wenn man in seinem Leben umschnüffelt. Jeder weiß, warum Sie hier sind. Jemand hat Sie getötet. Jemand, der damals auf der Insel war. Und wenn sich ein Weib irgendeinem Tiere naht, dass es sich mit ihr begatte, so sollst du das Weib samt dem Tiere töten. Diese Leute sind wahnsinnig. Bald lernen Sie uns besser kennen, als Ihnen lieb ist. Tut mir sehr leid. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.